Im Ende Duisburg, Marie Du Bois. Im Ende Duisburg, Sabrina de Brogowski. Im Ende Duisburg, Diana Guntler. Wir sind seit über drei Jahrzehnten mit der Vermittlung von möbliertem Wohnraum im Großraum Duisburg-Oberhausen und Mühlheim vertreten. Unsere Aufgaben sind es, Mieter und Vermieter zusammenzubringen und beiden ein gutes Gefühl, ein gutes Miteinander zu geben. Bei uns fragen alle möglichen Personen an. Ist es die Person, die sich gerade trennt und ganz schnell eine mögliche Wohnung braucht oder der Sprachschüler, dem der Einstieg in Duisburg zum Beispiel erleichtert werden soll oder eine Firma, die für 20 Mitarbeiter sucht oder der Geschäftsführer, der ganz alleine für sich was tut. Also es ist wirklich von A bis Z. Alles dabei, viele spannende Geschichten. Was mich am meisten berührt, ist immer, wenn ich Menschen helfen kann, wo ich weiß, was sie genau durchmachen. Ich war auch schon selbst in dieser Lage, dass ich mit drei Kindern irgendwo hinziehen musste und nicht wusste, wohin. Und dann solche Familien zu helfen, eine Unterkunft zu finden, wo die Schulen auch in der Nähe sind, wo auch alles passt, das ist für mich wirklich richtig Freude daran. Ja, ich bin mit meinen fast 20 Dienstjahren mittlerweile der Kinosaurier hier und im Laufe der Jahre lernt man natürlich besonders die Vermieter gut kennen. Da fallen auch schon einige persönliche Worte. Dadurch entsteht dann auch eine gewisse Bindung, wenn man sich dann über die Kinder unterhält oder auch was gerade so anliegt in der Familie. Man freut sich dann jedes Mal, wenn man für die Vermieter, die man halt eben auch sehr gerne hat durch die ganzen Jahre, den passenden Mieter gefunden hat. Mich freut es am meisten, wenn wir Personen aus dem Ausland vermitteln, die oft hier noch gar keinen Kontakt in Deutschland haben und wir den ihre vertrauten Personen sind. Und die sind immer so dankbar, wenn die eine mobilte Wohnung über uns finden. Und wenn wir dann noch das Feedback bekommen, dass sich auch unsere Vermieter so super um die kümmern, sei es der erste Einkauf oder die Mülltrennung. Also ja, das ist schön. Ach, das freut mich wirklich, dass Sie so eine schöne Wohnung gefunden haben. Ganz, ganz klasse. Super, wir freuen uns. Wir wünschen Ihnen alles Gute mit Ihrem neuen Mieter. Juhu, tschüss!